hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal heute geht es an einen kleinen timelapse wie die häuser hier noch gebaut werden ich dachte ich erspare euch ein langes tutorial und zeige einfach ein video was sagt ein timelapse wie ich das ganze baue viel spaß so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020